Jetzt spiel ich mit der Luftpumpe, alter. Ah, Mann! Wie kann der Hurensohn mich denn treffen? Schott, 5-Schott. Ey, jetzt guckt euch diesen scheiß Dropper, Mann! Ja, stirb halt nicht, alter! Das ist es, meine Freunde. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Diese Smoke, Alter. Ja, guckt euch den mal an, alter! 22-6 Ja, die anderen sind auch gut, aber verglichen jetzt zu Dropper, meine ich, ne? Äh... Die Terroristen gewinnen! Ah, ey, das ist... Let's go, let's go! Ich war längst weg, Mann! Ich war längst weg, Mann! Das ist doch... Komm, ne, ich hab wirklich schon keinen Bock mehr. Ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mehr. Ich hab wirklich keinen Bock mehr. Da! Flaschbank! Flaschbank! Freund, Flaschbank! Komm, Dropper, mach Penta-Kill, alter! Und der... ... Zumal, so schnell kann er sich da gar nicht hinstellen und, äh, reinzoomen. Das kann er so schnell gar nicht. Es sei denn, er spawnt direkt davor. Nein, schon! Alter, den kick ich jetzt. Wo ist er denn? ... Our mission is simple. Take them out. Is this your first time out? Warum hat der jetzt seinen eigenen Teamkameraden eingegreifen? Da hab ich doch schon Monotov gehört. Er, Rushen stirbt gleich von der AWP. Ne, weil kein Mensch da ist. Deploying, Flaschbank! In der Mitte geh ich jetzt ganz sicherlich nicht. Ja, er ist auch gelieft. Report ihn. Meinen, wir haben hier keine Chance mehr. Bomb has been planted. Deploying, Flaschbank! Sniper! Ja, da ist doch die AWP, Alter. Ja, die AWP wird jetzt überall sitzen! Ich ruche jetzt, Alter. Das macht's wunderbar. Geht zurück, jetzt! Ich ruche jetzt, Alter. Was? Die Terroristen gewinnen. Gut, gut. Gut, gut. Geil. Ich muss die Papage nehmen und die Tier legen. Be safe. Let's go, meine Freunde. 3 gegen 5. Ganz ernsthaft jetzt. Long, short. Das B-Rush. Ja, Mann! Sofort Headshot, Alter! Sofort! Instant Headshot. Ja, was wollen wir machen? 3 gegen 2. Let's go, my brothers. Flashback. What is happening? I can see them. Fire! Counter Terrorists win! Meint, ich kann die AVP mitfacen, die jetzt kommen wird. Move, my brothers! Throwing a Flashback! Ja, die hat mich getroffen, aber ist AVP. Was will ich machen? Smoke! Tch! Tch! Ja, kein Bock mehr, Alter. Ich bin ja jetzt schon wieder... Ah, ne! Someone must take over the bomb! Ich bin ja jetzt! Ich bin ja jetzt! es war ganz ernsthaft 28 neun ich habe abgedrückt ich habe auch keinen bock ich habe wirklich dieses spiel das macht jetzt kacke ja komm bitte jetzt hieß es echt nicht in die länge bruder oder mach keinen scheiß bitte nicht gott sei denn ich hab ne kohle ich hab ne kohle ich hab ne kohle naja ich bedanke mich auf jeden fall fürs zuschauen ähm dieses game war richtig scheiße von mir und von äh ja was soll man sagen ähm erster vier runde geht nicht online ja freunde was soll man sagen ne ähm afkar ja smurfer ich weiß nicht der ist silber 4 aber der hat uns gestompt wie äh sonst was war war eigentlich war auch nur er das problem er mit seinen instant headers immer mit also egal pistole m4 man weiß nicht schwanz der macht immer instant header m4 m4 bringt es ganz gut auf den punkt das spiel macht mich so fähig deswegen ich brauche jetzt erstmal eine auszeit leute ich bedanke mich trotzdem fürs zuschauen wenn euch das video halbwegs gefallen hat so halbwegs würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen und sonst sehen wir uns in der nächsten aufnahme wieder bis dahin leute machts gut haut rein euer Axon peace